Ja, aber besser und jetzt bist du fast kein Level mehr. Guck, ich hab kein Level mehr. Los, wir haben uns schon beschnitten. Hey und herzlich willkommen zur achten Folge von Minecraft Bugner. Hallo. Wir werden die ganzen Bücher verzauern und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, ein paar Äpfel, ne? Oh, passt, ja. Komm. 2, 2, 3, 2, 1, jetzt. Jo. Jo. Leder und Spinnernete noch, bitte. Ja, ich schmeiß es da vor mir hin. Ja, passt. Spinnernete, Alter. Die Äpfel kannst du auch mein Gold, Alex. Wir werden verzauern. Ja, vor allem, wenn du da mal zu mir umschaust. Siehst du? Äpfelste. Also, das haben wir geäht und sein, dass es nicht die Spunk sein sollte. Ja, ich nehme es, gell. Vorbei. So, 6, 8, 5, 6, 2. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder Nacht ist. Sieben gab es aber schon. Wir brauchen noch ein Leder. Ja, da sind wir mal cool. Wir tun uns nicht was in den innen und draußen. Ich habe ein Text. Ich glaube, ja. Ich habe da cool, auch cool. Ja, passt. Nice und zwar mit Fischen sind immer am Boden. Alle, der halt. Guck mal, ja. Guck, ich kann sie mir ein bisschen holen. Ich habe das hier ein bisschen geh. Das ist nur mit dem Essen geh. Was hast du am Strings, Nadja? Was? Nehm. 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 Du hast dir einen Creeper dann also gespringt und rechts vor dir ist ein Creeper. No way. Du stehst nicht gefährlich. Axos ist eine Lebernau und da kriegst du noch einen Opfer. Noch einen Opfer? Die Gegend macht einen Creeper, der von rechts. Jetzt ist so viel zu tun. Ja. Bauerhands will ich machen. So viel Bögen kann man nicht machen. Schaden ist an. Geil, Alter. Alter, ich sollte ein bisschen safer bauen. Ja. Ja. Drei Euro wären zwar nicht. Jetzt musst du ihn zu bauen. Ich habe es da, den Länge. Jetzt musst du ihn zu bauen. Ich habe es da, den Länge. Jetzt muss ich ihn auch nicht. Ich habe ein Creeper, wo es weg ist. Witch ist auch schon da. Witch ist auch schon da. Jetzt haben wir es geschafft. Aber das war Witch. Ja. Ich bin jetzt schon da raus. Ich will mal schauen, was du da anrufen. Ja, ist sogar gut. Ja. Ich mache mir mal meine Schärfe vier Schärten fertig. Ja. Ja. Ich habe so viele Levels. Du hast immer die ganze Zeit. Ich habe die ganze Zeit so scheiß krank. Und. Schärfe. Ja. Wie leid ihr? Ja. Ja. Ich habe das laut ein bisschen raus. Ja. Das ist O jetzt. Ich habe fast keine Level mehr. Guck, ich habe kein Level mehr. Ja. Ja. Ich habe ein paar Zorn bestätigt. Ja. Was mache ich jetzt? Ja. Ich habe die Kugel verzauert. Und du gehst. Keine Ahnung. Oder ich gehst. Oder ich wutsche in die Netta. Aber du brauchst ja noch ein paar Äpfel, oder? Ja. Jetzt ist es Raw. Aber ich muss Raw mitmachen. Doch. Hä? Ich bin Kick da. Kick? Kann ich da aufchinen? Kann ich jetzt gleich wieder draufchinen? Ja. Sicher, sicher. Ja. Hey, warum bist du Kick da? Oder nicht Kick, sondern... Ähm... Time? Out? Ja, aber irgendwas. Exception. Ja, aber scheiße. Du regal jetzt so ein Ding machen, will ich? Aber was? Nein, ich mache lieber Pfeile. Ja. Ja, Pfeile. Ähm. Irgendwas kann ich auch mal die Äpfel. Hm. Ja. 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 Kuki, was machen wir denn? Ich habe keine Levels mehr und so. Ja, du gehst... Ja, mach... Monster dahin. Ja. Wenn zwar gerade Nacht ist. Cool. Ey, Kuki, du können uns jetzt verzauern gerne, oder? Ja, ich komme schon. Ja, ich komme schon. Wie hast du... Ähm... Lapis? Soll die alles drin sein, ja? Ja. Ich habe zwei Minuten, was heißt? Okay. Ja. Ich kann den da abgeben. Was willst du machen, Alks, damit du immer besser geschert hast? Ja, ich bin... Ach so, du musst Schärfe... Schärfe... Ein Schärfe Buch und ein Schärfe 1 Schwert reinhauen. Und dann eine Schärfe 2 Schwert und ein Schärfe 2 Schwert. Hm. Wo kriege ich Schärfe 1 Schwert hin? In der... In der... In der Kiste. In der Kiste ist alles drin. Ja, das ist Protection 1. Nein. Was? Das kann nicht sein. Protection 1 ist ein Jungle Book. Wie heißt das? Ach so, ich muss ein Schärfe 1 Buch machen. Ach so, ich muss jetzt ein Buch machen. Ach so, ich muss jetzt ein Buch machen. Ich nehme ihn nach. Ichberg erinnert. Aber, wie hau? Ja, was? Was lang Helfer? Ach so? Ich häufig wollte das auch nicht... Ach sie trägt nichts. Ich meineоф Perfectbar. Aber, du wirst jetzt 3勒teermagt. Ja. Da unten sind auch. Ja ok. Ach sie引k nun Scheisse. Ach sie abb inspiriert... Ach sie schätter això. Ja... Wo unten denn? Wo oben ist der da drin, ja? Wo fahren sie denn nach? Bauerlas Ready? Für schlefters einfach tun. Ja, wenn Fire, Flame oder wie das heißt, ich glaube es hat Flame beim Bohnen kommen. Ja, das ist schon toll. Dann Flame, dann Flame. Dann hast du es mal Bauern. So, jetzt probieren wir noch Ur-Efficiency, Featherfall-Efficiency zu verlegen. Und du brauchst noch Schadensbruch, kriege ich auch nicht zusammen. Ich zeig es schon, Bruch kriege ich auch nicht zusammen. Was will ich jetzt machen? Ja, irgendein anderes Item-Craften und Verzaubern. Ich zeige es an, nee, die Verzaubern. Ja, genau. Ja, Bögen wäre gut, aber ich glaube du hast keine Stimme gesehen. Nein, nur zwei. Hey, Loris, leckte mir. Jetzt geht's mir. Ja, warte. Was ist denn, Operate? Ich schau nicht. Ja, da brauch ich noch nicht mehr. Ja, da sind überall ein Bein, aber da kann man ein bisschen schauen. Bauer 1, Protection 1, Schadens 1. Also Schadens 1. Wobei, du kannst mit 3 Level, Alex, das ist schon viel, gell? Das ist ja Wahnsinn. Dann mache ich eine Protection 1 mit 2 Level. Ja, macht das. Wir sollten zu abstellen. Protection haben wir mehr als die. Ja, genau. Ja, genau. Hey, du sagst, die Prumbomb. Den Hummel, das kann ich auch. Eppei. Schatten ist eins. Schatten ist eins gönne ich mir jetzt. Erst deinen brauchen wir, wenn nicht, oder? Nein. Also du wirst dann ein Sticky-Pasen. Also du brauchst nur einen Schatten ist eins, gell? Eins, zwei. Gebt er gut ein Level? Ich weiß es so, tut mir. Ich kann eigentlich mit den Schatten. Machen wir doch jetzt mal deine Schatten ist eins. Hallelah. Schatten ist eins, Schatten ist zwei, Schatten ist zwei, Schatten ist drei. Schatten ist drei, Schatten ist sie drin. Geil, Leute. Was ist hier mit deinen Levels ausgegangen? Sehr viel Liebe. Ja jetzt mach ich noch mein Tier-Booster von Direkten 2. Und jetzt hab ich keine Levels mehr. Ich leg noch zwei Protection-Bücher ein. Ja, war die von dir. Das war's, jetzt kann ich nichts mehr machen. Ich bringe die Kierke, weil die drei miteinander Protection aufs Wortkrieg. So, jetzt bauen wir nur noch ein paar Alp vor. Noch immer? Noch immer? Ja, noch immer. Ohlalala, was ist denn da alles? Ihr macht zwei Schatten ist vier Schuhe. Ja, mach Schatten ist vier Schuhe. Geht's wenigstens aus dem Level. Zwölf Levels. Ja. Probier und Ecklick kommen in einem Schatten ist vier Brücke. Mh, 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 mh. Bücher dann gut. Nein, aber auch. Abredaction? Ja, mach. Warte, warte, warte. Ja, warte. Im so. Mh, scheiße. Mh, scheiße. So, gleich geht der Armustor. Nein, ich brauche ihn nur noch. Warum geht das nicht so vorher schon mal? Ah, der Botz war, Botz war. Hier, schaut mich an. Botz war. Ja, sorry, wie kann er basteln? Das ist ganz komisch. Ja. Schade. Ihr könnt auch Abu verzaubern. Nein, mach ich nicht wegen dem Platz. Ja, guck, ich geh mal lang. Jetzt reiß euch auf. Ja, reiß euch auf. Nein, ich muss noch. Verzaugung. Ja, ja, aber Verzaugung wird dann nicht weiter, oder? Nein, ich kann jetzt noch. Ach so, ja. Ja, wenn ich schnaufe, dann warte mal kurz. Ich bin nicht eigentlich. So, so, da. Ah, das Ding wird noch eins. Gold. Ah, das ist uns Gold. Also, du musst meine Kontexte durchrechnen. Ja. Ich geh auf die Santermie. Gucke ich, hast du noch Äpfel? Nein, ich bin nicht fällt. Du hast keine Äpfel, oder? Das wird nie, weil ich nicht. Ah, ich bin nicht. Ja, das ist nicht Äpfel, nein. Zwar, 8, 16, 24. Ja, das ist unser Gold, ist leer, Alex. Ist leer? Ja. Ja, okay. Okay, dann öffnen wir. Das passt. Geil. Hey, ist das gleiche. Ja, Alex ist dann irgendwann auch gut. Oder, ich hätte dann ein Apfel geschlossen. Guck, hast du noch Gold? Nein, gut. Hey, der Witsch, mach in, Alter. Der hat mir gerade ingen Rang gegeben. Ja, wir haben es für Äpfel. Ja, Lott. Lott, ja. So, ja. Ja, Gucke, was machen wir denn? Alles abbauen. Und so nett, aber. Ich baue jetzt alles ab, okay? Mhm. In den ganzen Blades, hau ich in die Kisten, oder hau ich weg? In die Kisten, aber bei so einem Überblick. Mhm. Wo ist die Kiste? Ja, ich baue. Eigentlich sitzt du eigentlich jetzt zurück. Waren wir da? Ja, nein, ich glaube nicht. Es kommt nicht. Nein. 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 Ich baue es wirklich gerne, oder? Nein. Das dauert ja noch länger. Wo ist denn? Weißt du, wie du alles weg, Alex? Ja, ich habe die Kiste gesucht. Ja, da mal. Weiß nicht, muss ich alles wegnehmen. Wolle. Die erste Reihe, ja. Ja, weg. Oh, Mann. Du hast halt gar keinen Kappel. Gold, waren wir fünf Gold? Ja, oder? Ja, bist du wahnsinnig? Ja, nicht mit. Ich habe doch genau gar nichts gebraucht. Also, wo ich brauche hin, oder? Ja, schnell gehen wir essen rein. Ja, laut passt das? Passt, oder? Ja, gehen wir es an. Gehen wir es an. Gehen wir in die Spawn, oder? Ja, jetzt muss ich spawnen. Auch nur, 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 nur. Ah, nur, nur, nur. Ah, jetzt kommt es runter. Mal, wenn es okay. Wissen Sie da auch okay? Ja, wenn es okay. Ah, jetzt holst du kein Rohrfleisch, oder? Easy. Guck, wie nutzt du eigentlich schon mit? Denkst du schon weg? Nein. Nein. Heut frisch geschickt nach oben. Ja, heut. Da kann es halt gar komisch kommen. Kriegt man Levers nebenbei? Ja. Warte mal, was? Sag mal, Philippe, woher müssen wir noch? Ja, der schaut mal gut an. Hey, du bist. Da haben wir noch ein bisschen Leder mit. Eigentlich schnurrt gerade auch was. Und wenn, dann ein bisschen nach rechts. Ja. Was hast du gesagt, Philippe? Ich hab's schon. Hey, zugeber. Ja. Hab ich überhaupt noch Platz dafür? Du, wahrscheinlich. Mit dem Platz mehr, guck ich. Ja, was bin ich jetzt. Okay, na. Oh, atme jetzt nur kurz probieren. Hab ich schon. Ja, jetzt stelle ich noch mal kurz da. Nein, es geht nicht mit Knochen mal. Also, helfen. Das wäre zu geil. Ich baue es. Tschak, 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 tschak. Bitte nicht. Bis war. Bis habe ich. Bis war klar, ob wir. Erst noch mal genug. Achso. Ah, Äpfelmann. Ja, zwei mehr sogar. Ja, aber wie lange müssen wir noch rennen? Ja, es waren 900 Blöcke. Jetzt hast du noch 500. Ja, ich blende die Qualität nicht aus. Jetzt sind wir ja am spawnen. Ey, sechs Sekunden, Alter. Das Zeifer geht so schnell. Ich weiß. Wenn man spielt, man lockt sich ein, macht ein bisschen was, und das war's. Ja. Boah, ich sehe nichts mehr. Eben, schabend das Vierschwert nachher. Ja. Probst du nicht. Zum Schluss ist das Schwert schein. Ja, ich sehe. Das ist wie. Hey, was ist denn das Spawn? Ja, 500 Blöcke ist doch gerne. Ja, jetzt 400. Da irgendwo hinterm Bär. 20 Sekunden gucken, wo bleiben wir dann da, aber da bleiben wir da. Ja, ich bin direkt hinter dir. Das ist ziemlich gut. Ja. Wenn du bist da, geht's weiter. Nach der Faxlin, damit sie gleich ganz genau wissen, was ich möchte. Bestes Versteck. Ah, ich stehe mir los zum Essen. Zum Essen? Ja, okay. Sechsmal vielleicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn euch diese Runde gefallen hat, dann gebt auch einen Daumen nach oben. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Servus. Tschüss. Tschüss.